Hallo Leute, wir kommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Spiral the Dragon Remastered. Ich bin der Norte. Ich bin der Norte. kombiniert eine superladung mit dem sprengen und gleiten und die luftigen die hier ist nichts gewesen im Bauch Hinten Hinten mit ein Ei Kann ich da hin? Hinten Hinten Wow Wie soll ich das mitmachen? Das ist mal richtig eklig Ah hier haben wir noch 3 Leben WTF Schöne Halt 2 Halt 3 Ach ich habe noch mit 3 Widergeant und habe noch einmal Jackie Wir hätten das ja eigentlich nichts mehr. Wir hätten das nichts mehr. Die Öl hatten wir, die Öl hatten wir. Egal, dann geht der wieder home. Egal, dann trotzdem einige geschafft. Egal, dann trotzdem einige geschafft. Oh Gott, das ist wieder ein Fluglevel an, ja. Dieses Portal führt an einen Ort, wo du fliegen lernen kannst. Ich weiß noch, wie ich mir als junger Drache meine Flügel verdient habe. Fliegen lernen, verstanden. Wir gucken da mal rein. Joa, das ist doch mal schön. 3, 2, 1, 0. Ah, wieder genau das selber. Wunder, ich sehe es Portal, ne. Ja, genau, weil ich mir hochgezogen habe. Wie geil lassen wir jetzt so. Die Level finde ich halt natürlich gut. Was wird von dir Kambia? Ja. Drei Drachen. Äh, bei uns fehlt noch ein Ei. Hier? Hier? Good chance. Oh, das ist noch ein Ei. Nein, das war noch ein Flugzeug. Die Level. Nice. War es die Truhe? Ne, nicht mehr. Wesentlich Truhe, die wir öffnen können. So, war der Berg, hört sich dann mal gut an. Was ist denn mein Flugzeug? Wie geil? Du fragt mir das weiter. Äh. Mag think picturechiff. Nein, nein, du fragt. Sei gesund, na sitter. rollerballer. Da addiction. Zuschauer mach es nach, da kann man nicht schreben, regular Ja. Nice. also hier ist der start wieder haben wir schon über die dächer um ja ich verscheide zähl wir sind Willkommen in Zauberbergen, hier gefällt mir die Superladung am besten, zeig es diesen Zauberbergen Hier Hier haben wir Hier haben wir Können Zaubergen, noch mal Zaubergen Hier 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 Danke für die Rettung. Man muss ja mit einer Superdarm durchrennen. Doch muss man ach du heilige das werde ich nicht ausprobieren. Oh wenn du keine Federn retten. Das ist ein TIE. Easy. Oh, das ist der Nigger-Drop direkt. Wir haben schon alle Drachen, aber ich weiß nicht, wo es alle Drachen einbauten ist. Das ist der Nigger-Drop, das ist der Nigger-Drop. Das ist der Nigger-Drop, das ist der Nigger-Drop. Das ist der Nigger-Drop, das ist der Nigger-Drop. 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 Ich habe es nicht mehr gebraucht, sondern ich habe es zu spawnen. ok haben wir auch alle drei drachen dass du so viele zurückgebracht hast du bereit für die monstern flüchtest du dorthin ja komm wir müssen weiter folgen monstern okay ich weiß gar nicht wie weit ich damals gespielt hatte das war nicht so weit beim original oh ja 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 stimmt wir müssen einen Thumbnail machen nein ich guck mal kurz wenn er einen Thumbnail machen muss es kommt eine folge vor würde ich sagen ich will sagen dankeschön fürs zusehen verpasst du nichts mehr bis zum nächsten Mal und tschau tschau